Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute machen wir ein Apfelkuchen vom Blech. Dazu benötigen wir Blätterteig, Äpfel, Milch, Eier, Zucker, Mehl, Butter und braunen Zucker. Als erstes nehme ich mir eine Schüssel und gebe die vier Eier hinein. In meine Eier kommt noch der Zucker hinein, die Milch und das Mehl. Das verrühre ich dann einmal. So, wenn die Masse dann schön verrührt ist, können wir sie einmal zur Seite schieben und uns einmal die Äpfel vornehmen. Dazu schäle ich sie einmal und schneide sie in zwei Stücke. So, ihr versucht ein wenig den Inhalt hier rauszunehmen, der nicht essbar ist. Und das wiederholt ihr dann mit jeder. Ich werde schon mal die Äpfel auf meinen Blätterteig machen, um zu gucken, wie viele Äpfel ich überhaupt brauche. So, vier in einer Reihe sind schon mal gut. Jetzt muss ich das einmal nur auffüllen. Ich habe hier ziemlich kleine Äpfel. Wenn ihr größere Äpfel habt, braucht ihr natürlich nicht so viele. Und da werden wir keine Äpfel auf jeden Falle. Dann müssen wir es wieder öffnen. So, ihr könnt ihr euch einfach mal wieder auf die Äpfel βalten. Und dann passt einem sehr sehr, sehr gerne ihn. So, ihr könnt ihr euch eine Äpfel auf die Äpfel finden. So, ihr müsst ihr euch trotzdem ab. Und dann könnt ihr euch hier das erste Mal wiederholen. Dannsoundst du lustig. Und dann könnt ihr euch sein, was ihr euch da noch eine Äpfel gibt. Und dann könnt ihr euch das erste Mal. Und dann könnt ihr euchENE euch das mit ein bisschen verladen. Und dann könnt ihr euch einfach mal wieder. So, wenn ihr mit den Äpfeln dann fertig seid, dann kommen die Reste einmal weg. Nehmt die Äpfel einmal vor und schneidet sie vorsichtig ein wenig ein. So, wenn die Äpfel dann eingeschnitten sind, dann geben wir vorsichtig ein wenig Masse auf unser Blätterteig. So, dass überall gleich viel ist. Und nicht zu viel. So, das reicht einmal. Dann habe ich vorher schon 50 Gramm Butter warm gemacht, also geschmolzen. Die gebe ich dann auf die Äpfel hinauf. Und auf die Äpfel dann noch ein wenig braunen Zucker. So, das war's auch schon. Jetzt kommt das Ganze bei vorgehitzten Backofen bei 200 Grad 20 Minuten hinein. Wenn ich das Ganze dann aus dem Backofen genommen habe, müsste das so aussehen. Ich lasse das jetzt ein wenig abkühlen. So, wenn das Ganze abgekühlt ist, müsste das so aussehen. Jetzt schneide ich mir ein Stück raus. Gebe es auf meinen Teller und serviere es mit ein wenig Vanillepudding. Ihr könnt natürlich auch Schlagsahne nehmen oder sonstiges, was ihr zu Hause habt. Und schon ist unser Dessert fertig. Jetzt wünsche ich euch einen guten Appetit. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt auf gefällt mir und abonniert euch kostenlos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Eure Nada